Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student, wir sind im Deutschkurs B2 bis C1 bzw. DSH Vorbereitung. Wir bleiben beim Thema Wasser und bilden nun prüfungswichtige Transformationen. Wir sind in der Übung 7. Bitte transformieren Sie grammatikalisch, ohne den Sinn des Satzes zu verändern. Nummer 1. Wasser ist ein wirtschaftlich wertvoller Faktor. Bilden Sie bitte das Futur. Nummer 2. Die Konzerne beginnen sich zu positionieren. Bilden Sie A das Perfekt und B das Präteritum. Nummer 3. Kaum etwas anderes wird unsere Zukunft so existenziell bestimmen. Bilden Sie das Passiv. Nummer 4. Nur der kleinste Teil der 70% Wasser auf unserem Planeten kann von uns genutzt werden. Bilden Sie bitte einen Passiversatz. Ich werde Ihnen die Lösung im Beschreibungsteil des Videos dann nachliefern, sodass Sie eine Kontrollmöglichkeit haben. Für eine eventuell bevorstehende Prüfung im neuen Jahr wünsche ich Ihnen alles Gute und natürlich Erfolg. Ich sage Tschüss, bis zur nächsten Lektion.